10 Movies im Doggy-Style in keine Ahnung wie vielen Sekunden in Real Life Jurassic Park Kollegen, dieser Schädel enthält deutliche DNA-Strukturen Ja, äußerst interessant Ja Oh Gott, T-Rex Apollo 13 Newton, wir haben ein Problem Hallo, das ist ein Notfall, hören Sie mich Hallo, was ist da los, schlafen Sie oder was, hallo Der Soldat James Ryan Scheiße, was machen wir jetzt, das sind viel zu viele Und du denkst, das bringt was Okay, wenn du meinst Star Wars Luke, ich bin dein Vater Nein, nein, nein Hundesohn Free Willy The Fast and the Furious Fuck, bei dem Race geht's um alles Alter, reiß dich zusammen, wenn du das Ding verkackst, sind wir geliefert Okay, okay, okay Aber ist das nicht dieser Neue aus der Stadt, dieser Pitbull? Harry Potter Oh mein Gott, Harry Da ist Voldemort Schnell, mach dich unsichtbar Oh fuck Der Herr der Ringe Oh mein Gott, Frodo, da ist Zohorn Schnell, mach dich unsichtbar Oh fuck Twilight Bella, du weißt, was ich bin Sag es Verdammt, sag es Man in Black Sie haben gerade kein achtköpfiges Alien gesehen Es ist alles normal, denn sie waren einfach nur Arbeiten Schönen Tag noch Und wieder mal ist das Universum ein kleines Stückchen So Freunde, das war's mit unseren Ten Movies im Doggy Style Hat's euch gefallen? Wenn ja, dann vergesst nicht, das Video zu teilen Hier kommt ihr zu einem Rap-Battle Der böse O's gegen unseren lieben Cengiz Hier kommt ihr zum letzten Zehn Dinge Das war zehn rassistische Klischees Viel Spaß beim Weitergucken Klappe zur, für tot Okay, ciao Ja Äußerst interessant Ja Länger Oh 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 Oh